Kennen Sie das nicht auch? Dieses seltsame Gefühl, dass Sie das alles schon mal gesehen haben. Falls ja, dann haben wir aus jeweiliger Langeweile bisher zum Langspielfilm gegriffen. Ihr könnt meinen Hof nehmen, aber nicht meinen Stolz. Deshalb empfehlen führende Ärzte den internationalen Kurzfilm. Die Winterdurer Kurzfilmtage gibt es neu auch als Zäppchen.